Ich bin ehrlich, unser betriebliches Notfall- und Krisenmanagement ist totaler Mist. Meine Antwort auf diese sehr häufig anzutreffende Eigenreflexion von Unternehmern lautet, sehen Sie es doch eher so, das Gras ist auf der anderen Seite nicht per se grüner, sondern das Gras ist dort am grünsten, wo es am besten gepflegt und regelmäßig gewässert wird. Was meine ich damit? Wenn Ihr Betrieb in der heutigen Zeit immer noch nicht über ein Notfall- und Krisenmanagement-System verfügt, dann ist das gegebenenfalls totaler Mist. Wenn Ihr Betrieb ein Notfall- und Krisenhandbuch vorhält, die Inhalte jedoch nicht ausreichend sind und in regelmäßigen Abständen in einer Krisenstabsschulung in die Köpfe der Entscheidungsträger gebracht werden, dann ist das totaler Mist. Wenn Ihr Betrieb die theoretischen Überlegungen aus dem Notfall- und Krisenhandbuch und den Krisenstabsschulungen nicht im Rahmen von Krisenstabsübungen auf deren Praxistauglichkeit überprüft, dann ist das totaler Mist. Wenn Sie und Ihr Betrieb das Thema Notfall- und Krisenmanagement nicht als Qualitätskreislauf und gegebenenfalls sogar als Marketingaspekt betrachten, dann… Ach, Sie wissen schon. Als Auditor bei SIUS Consulting im Bereich Notfall- und Krisenmanagement kann ich Ihnen sagen, dass die oben genannten Punkte die ersten Prüfpunkte auf einer Prüfliste sind. Denn wenn Sie einen dieser Punkte außer Acht lassen, dann ist das totaler Mist. So, jetzt aber genug, ich muss den Gartenschlauch holen. PS. Sollten Sie Unterstützung beim Thema Notfall- und Krisenmanagement suchen, freuen wir uns auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme unter www.krisenmanagement.de. AKS. Sollte J. Sollte Is